Sie und ich, wir könnten zusammen davonlaufen, doch irgendwann wird es uns immer einbekommen, dieses Leben. Spätestens dann, wenn es endet. Wenn ein Mensch vorangeht und die anderen mit ihrem Schmalz zurückbleiben. So machtlos, wie wir dem Unvermeidlichen gegenüberstehen, so kostbar sind aber auch die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und das Schöne, das dem Leid entwachsen kann. Wie diese Melodien und diese Zeilen, die Colin Birkey seinem Freund Phil Oaks nach dessen Tod 1967 widmet. Ohne Umschweife, direkt aus dem Herzen. Na Jir Gah